ein herzliches willkommen zurück bei minecraft tags zeitalter so ja wir sind am graben ich hätte gerade naja ich bin gerade so ein bisschen am lauer und schwavel und schwallen warum weshalb ich überhaupt dir das ganze theater macht weil ich spaß am zocken habe das nicht unbedingt modern die monetarisieren also jetzt sowieso nicht weiß ja ein haufen arbeit und stress und scheiß ist du musst zum steuerberater du brauchst du kannst nicht mehr wahrscheinlich hilfeverein du brauchst ein neuer steuerkarte du brauchst ein gewerbeschein du brauchst hallo dann mache ich das so weiter so wie jetzt ich kann mir das auch leisten machen ja ein bisschen zu kaufen da muss ich da jetzt nicht werbung machen und scheiß und blauen club und vor allem wenn ich das nicht gewerblich mache dann kann ich das halt immer noch so machen wie ich lust und laune auf das ganze natürlich viele komische kommentare kriegt mit irgendwelchen sex links und so ein blödsinn dann hätte müssen wir gucken wie das jetzt weiter geht ob ich das jetzt weg habe oder nicht weil wenn das dann nicht weg geht vor allem muss man sich mal überlegen ich mit meinen 35 abonnenten lassen sie dann mit seinen kommentaren mit diesen sex links oder was weiß ich was das sein soll mit diesen dubiosen sachen voll weißt du weil es heißt so immer schlechte kommentare besser als gar keine aber wenn ich dann seine kommentare krieg dann brauche ich keine kommentare haben ich mache das weil ich spaß daran habe ich mache das so lange wie ich spaß daran habe youtube zu monetarisieren ist sowieso uferlos für mich so wie konnte wieder dann da raushauen muss kann ich gar nicht von was soll ich dann erleben dort bisher verhungert bis ich bei youtube geld verdienen weil sie ob sich das wort doch rechnet ich glaube ich zu klein für und dann den ganzen theater noch haben wir mit dieser steuer und mit dem gewerbe anmelden und löst und vielleicht kommen sie dann auf den trichter dass ich als kleiner futzel dann vielleicht noch eine rundfunk lizenz brauche ehrlich das muss ich nicht twitch und youtube und sowas ist für mich ich will gar nicht reinfallen für mich ein hobby was mir spaß macht und ich habe geld zu verdienen dafür bin ich glaube ich war ja zu spät dran und das dann nochmal muss ich das glaube ich nicht haben wer ich glaube die nächsten jahre geschaffen und von daher da mache ich das lieber so weiter wie es bis jetzt läuft gut die letzten zwei jahre wo ein bisschen eng aber dann lasse ich das so laufen ich habe gerade wieder richtig bock zum aufnehmen und zum streamen also von daher so wir haben jetzt hier genau immer noch nicht viel stein auf 12345 das wäre hier ne wand hier ne wanden fenster ok 12345 fenster 1245 fenster zu wenig fenster so was siehst du brauchen wir noch sand deswegen das haben wir früher mal eingebildet dass man mal vielleicht dann etwa fänger dazu verdienen könnte da muss ich da einmal beschäftigt mit dem ganzen zeug also du musst ja dann theoretisch schon keinen job haben um so viel zeit aufzubringen da erstmal erfolgreich zu werden youtube technische und twitch technisch auch parallel glaube ich ist das nicht mehr zu schaffen heute pass auf wir haben jetzt hier drei brauchen wir jetzt da ein fenster eine tür 1212 wir können hier eine tür rein machen dann müssen wir den weg machen von daher warum sollte ich dann wäre ich auch noch gezwungen was zu machen auch wenn ich keine lust habe 1212 die tür holz da kommt hin da kommt die tür hin ja schon schlimm genug dass ich den früh immer aufstehen muss doch aufstehen früh aus dem bett quälen sagt man so manche da ist es ja auch nicht so schlimm dann stehst du auf um ja geil was machen los waren aber da manche da ist dann wirklich echt so wieder in der arbeit so schön vorstellen was anders zu machen wie zum beispiel sie wieder kein scheiß zu bauen war ist echt okay aber egal es gibt auch tage da macht es arbeiten richtig spaß und das ist doch wenn man dann auch ein paar kollegen hat wo es geil sich versteht wo es ein geiles arbeiten ist es möchte denn mehr jetzt drei jahren was möchte denn da mehr dann hast du dann auch teilweise spaß am arbeiten dann macht du das geld verdienen spaß kommst du vor allem noch mal unter leute genau so was haben wir das genau das macht man dann hier da kommt die tür 1212 hier kommt die nächste tür erst mal so klein das sei obwohl eine kleine putze soll das werden na gut es wird ein ausgewachsenes bauernhaus wie immer halt der kato und kleine putze baut haa 1 2 3 dann hat er wieder füße wieder ok war doch mal es ist eins muss jetzt noch ein 10 das heißt wir müssen erst mal hier wieder die schaufel kaputt machen mach doch einmal die schaufel kaputt aber wie habe ich das wieder ausgeschätzt oder was der topi ich weiß es nicht aber es passt wieder akkurat hier die länge passt das werden wir gleich sehen pass auf weil ich würde dann sagen wir machen das hier einfach als duft als 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 zentrum wäre vielleicht gar nicht so verkehrt 1 2 3 genau und es gehen wir wieder vor so 12 23 und pampam 12 12 zack 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 und dann wieder 12 genau es kommt hier wieder kommt die tür dann kommt da da gibt doch mal hier wieder ein fenster zack 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 naja es wird halt ein kleines häuschen hätte ich jetzt gesagt weil das problem wird jetzt aber sein wir haben keinen sand doch mal irgendwo war was ist das denn ach das ist quest book glaube ich ne was habe ich da gerade drückt ok ich wollte aber eigentlich was wollte ich drücken ja da geht noch mal hier rüber gucken da gibt es bestimmt sand so ein bisschen was ich mit erkennt schon wieder los wie man hat er müsste darüber oder holen das bisschen sand spät ist das gerade das morgen platz schaufel oder mal hier müsste doch zeug drin sein für eine schaufel keine sticks und da bin ich jetzt blind der mögliche hier so eine schaufel mit ich habe die sticks gefunden oder mal zwei so dass man die dort keinen platz dass man das ist da die kohle oder steiner und dann egal dass da alles rein was zu essen haben man und dann gucken wir welche richtung wollen wir jetzt ja die richtung wäre diese richtung ja und zwar ein bisschen glas besuchen gehen vor allem was das da für eine hütte ist es so markt oder ist das wieder irgendwas anderes ich glaube hier war ich schon ich glaube hier waren wir schon wo es war ich dachte erst für eines zum markt ja ich dachte schon gefallen rein und jump and run ist ja genau das richtige für mich das funktioniert ja auch super können wir uns eigentlich gleich noch ein paar kakteen mitnehmen toter burscht nehmen sowieso nichts ein hoppelhase hoppelhase warte da war doch was hoppelhase kenne ich dort irgendwo her das ist bloß anstellen das ist nichts besonderes ok jetzt wird aber ich weil was stimmt doch hier mit der uhrzeit nicht kann das sein moment moment das glaubst du noch nicht ok wer hat jetzt diese truhe dahingestellt kann ja nicht sein ach erst mich hauen und dann einfach stehen das sind die richtigen kein platz noch mal neu gucken ja da wollen wir ja ist warum auch nicht aber so kennt man nicht eine pfütze auf der ganzen baustelle die tiefer ist wie 10 cm das ist meine und kein mann da bin ich die wenn ich von herzen rein latschen bisschen wolle brauchen wir brauchen noch vier betten und nein die werden sich nicht gescheitert sind das für baum und tiefer haben wir glaube ich schon irgendwo zuckerrohr haben wir auch sie ist so muss ich mal aufbauen bisschen bären mitnehmen macht eigentlich überhaupt keinen sinn dass ich jetzt sandform doch macht sind braucht man sowieso es sind auch mehr selbst für den tinkers rufen da will ich ja eigentlich jetzt ja fast hin so ein bisschen überwände hochziehen dann müssen wir mal gucken noch ein bisschen leben und kies kriegen also ton und kies und da gibt man mal eine schmelze anfangen erst mal braucht man sich um was zum verarbeiten feld und sowas für haupt und so und dann muss man schauen es lohnt sich überhaupt nicht also jetzt mit der fackel zu fahren naja bis was brauchen wir noch ok fall das schlimmste der geschichte ist könnte ich mal sagen welches modpekt ist also schon was ich da reingepasst jeremy na hallo sie ist gerade servus wusste ich dann auch schon ein bisschen bemerkbar machen sonst sehe ich dich ja es ist ja schon wieder paar minuten her wir fahren jetzt die reihe naja die war immer noch voll dann machen wir uns ein bisschen fenster glas und zeug und dann gucken wir mal wer eigentlich schwarzeiche wäre eigentlich geil aber wo finde ich jetzt da ist schon das böse signal so ja genau dann bedanken damit ist diese folge leider auch schon wieder zu ende dann bedanke mich fürs zuschauen und lasst kommentaren ab oder leichter kennt das ja von den anderen muss ich nicht alles noch mal erzählen bis die tage tschau tschau